So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Enderal. Ich hab... Ah, guck mal. Ich habe das letzte Mal hier aufgehört. Und... Äh, ja, ich glaub der Brief klärt einige Fragen. Äh... Ja. Aber wieso hier und nicht bei den Apothekari in Ark? Das ergibt keinen Sinn. Immerhin wissen wir jetzt, wie eines der Losungswörter lauten könnte. Tanisha. Viel mehr werden wir nicht finden. Wollen wir wieder hinab? Gut, komm. Schön, da muss ich nicht überall durchgehen. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Wow. Ja. Ähm... Super. Jetzt muss ich natürlich mein... Äh... Super geiles Brief. So, Siegelführer... Nein. Verdammt, wo ist der Brief hin? Äh... Nein. Das ist der falsche. Ach. Verdammt. Schatzkarte, Notiz. Scheiße. Anweisung. Verdammt. Äh... Das kann ich schon mal wegnehmen. Gleich am Hafen. Schatz. Notiz. Notiz. Äh... Nein. Mysteriöser Brief. Äh... Nein, das war die Schatzkarte. Ah. Lexi. Nein. Nein, das ist es auch nicht. Äh... Nein, das ist es auch nicht. Notiz. Nein. 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 Verdammt noch mal. Ein Wort haben wir. Sehen wir uns den anderen Turm noch an. Ah, okay. Also müssen wir erstmal in den anderen Turm gehen. Gut, gut. Steht das... Ne, nicht... Nicht H, sondern J. Da. Ah, guck mal da. Tanisha an der Pforte testen. Okay. Da haben wir doch das Wort. Mhm. Hm. Hm. Ähm. Wie wird das nochmal geschrieben? Tani... Tanisha. Tanisha. Tani... Tanisha. Habe ich falsch geschrieben? Tani... Niii... Tanisha. 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 Gut, gut. Ein Wort haben wir. Sehen wir uns den anderen Turm noch an. Dann gehen wir noch in den anderen Turm ein. Hier, ähm... Ich hab den Abschnitt neu gespielt. Was zum Henka ist hier geschehen. Ähm... Aufgrund von ein paar speziellen Sachen, deshalb muss ich mich hier nochmal durchkämpfen, falls die auch stehen. Was die auch bestimmt machen werden. Bleib doch einfach mal. Was zum Henker war das denn? Äh, ja. Ja, vermutlich. Aber das ist kein gewöhnliches Elementarwesen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Lass uns einfach auf der Hut sein. Ja. Da wäre ich auch für. Denn das Zeug sieht hier nicht besonders beliebt aus. So. Pürescher Helm. Was haben wir denn aktuell an? Also wir haben gerade Handschuhe bekommen. Welche Handschuhe haben wir denn gerade an? Oh. Wir haben gerade, genau. Elementar. Markzauber. Erhöht. Mana um. Das ist nur 14. Okay. Piranischer Helm. Ja, das ist der da, der 21. Was haben wir aktuell auf? Edeln. Okay. Gut, gut. Ah, wir haben noch, ähm... Natürlich, was wir noch essen können. Eine Eisenpranke. Habe ich nämlich gerade noch gefunden. Als ich hochgelatscht bin. So. Jetzt zum anderen Turm. Genau. Was können wir denn hier machen? Eine Barriere? Hm. Das sieht mir nach Sternlingswerk aus. Ohne... Ohne das Gerät, die richtige Abfolge, ist es unmöglich, die Barriere zu bannen, richtig? Ja, Mesa. Und die kennt außer uns beiden niemand. Ich verstehe. Dann gebührt euch mein Dank. Wir sollten anstoßen. Tirmatraler Brandwein. Ich, ähm... Ich muss gestehen, dass ich kein Freund des Alkohols bin. Aber hab Dank. Hm. Ach, äh... Na schön. Worauf trinken wir? Auf unsere Zusammenarbeit? Auf unsere Zusammenarbeit. Und auf eine Welt frei von Leid. Ähm... Gut. Auf unsere Zusammenarbeit und eine Welt frei von Leid. Er stirbt. Vorzüglich? Wirklich? Unter uns, Herr... Warum die Barriere? Was habt ihr da oben gelagert, dass euch eine Festung aus Nordwindstein nicht genügt? Etwas wertvolles. Und etwas sehr zerbrechliches. Äh... Worauf habt ihr mein Wort. Was meint ihr? Ich... Ich... Ich muss nie... Es tut mir leid. Mehr über den Mechanismus zu wissen, wird das schwer. Äh... Macht irgendein Gerät und eine Zwischenfolge. Was? Du hattest wieder eine Vision. Ja. Vergiftet? Wieso? Äh... Vermutlich, weil... Genau. Hm, das macht Sinn. Aber dafür zu morden? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Es muss irgendwie mit dem Engel zusammenhängen. Die Frage ist nur, wie wir jetzt hier weiterkommen. Wir haben weder dieses Gerät noch, glaube ich, dass Dalgala die Abfolge niedergeschrieben hat, wenn er dafür bereit war, einen Menschen zu töten. Aber es muss einen Weg geben. Sehen wir uns mal um. Hm, ein Durchbruch. Fahrt um 500 Tage. Vielleicht könnten wir den Mechanismus mit Gewalt stoppen. Aber wie? Hm. Warte. Ja, das könnte funktionieren. Bei mir sein. Vorhin, als wir die Fässer aus dem Lager hochgerollt haben, habe ich noch einen Beutel Schwarzpulver mitgenommen. Ich dachte, er könnte uns nützlich sein. Hier, Magistra Jaela hat mir einmal diese Spruchrolle gegeben. Mit dem Zauber könntest du den Beutel durch den Bruch in das Getriebe werfen. Den Rest erledigt dann ein Brandpfeil. Ich brauche noch das Schwarzpulver. Ähm, Objekt. Wo liegt der Schwarzpulver? Ähm, also entweder unter Beutel. Ja. Ja. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Oh mein Gott. Okay. Ah. Ey. Oh, verdammt noch mal. Nein! Wartet mal, ich speichere hier erstmal, falls hier irgendwas passiert. Denn das sieht so aus, als könnte hier was schieben. Dass er in das Getriebe fällt. Versuch einen seitlichen Einschusswinkel, sonst prallt der Pfeil in die falsche Richtung ab. Ein Bogen. Habe ich einen Bogen dabei?